So, ich darf euch herzlich willkommen heißen zum ersten News-Blog-Eintrag von GutesDing.com. Wir werden für euch an dieser Stelle in Zukunft alle News, Neuigkeiten und natürlich auch Veränderungen von GutesDing.com hinterlegen. Bevor ich aber heute mit den News starte, möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Besuchern für alle Gästebucheinträge und natürlich auch für alle E-Mails, die man uns zugesandt hat, bedanken. So, was gibt es Neues? Wir werden in naher Zukunft ein Bewertungssystem für unsere angesagten Pferde einstellen, um einfach die Handhabung für euch einfacher zu machen, um zu unterscheiden, welches Pferd ist besser zu spielen, welches vielleicht nicht so hoch. So, dann wird es werbetechnisch jetzt in die Offensive gehen. Wir werden Gewinnspiele für euch einschalten, für alle Leute, die ihre E-Mail-Adresse im Newsletter hinterlegt haben, werden wöchentlich jemand gezogen, der dann gegen uns, gegen das GutesDing.com tippt und wenn er gewonnen hat, Preise gewinnen kann. So, das war es eigentlich für den Moment. Bis zum Wochenende. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.